Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son und dem Beagle. Mal sehen, ich habe 26 Upgrades, aber mir fehlt immer noch eine ganze Linie, sodass ich mir sehr unschlüssig bin, was ich machen möchte. Es ist jetzt nicht per se schlecht, was ich da habe. Nahkampf. Wäre jetzt auch nicht so schlecht, aber... Ich warte mal noch. Ich warte mal noch. Ich habe das Gefühl, dass es eine ziemlich beschissene Idee ist. Das war dumm, ne? Ein bisschen. Hoppala, sorry Leute, das war zu viel. Oh wartet, nein, so viel ist das gar nicht. Singularity. Wie die da alle reingesaugt werden. Danke, Leopi-Arschlöcher, das wollte ich schon seit Jahren tun. Und wo muss ich hin? Ich weiß, das hätte man Smoover lösen können. Sie macht das ganz anders. Der Smoover dürfte jetzt gehen. Sie macht das völlig anders als Delsen. Interessant. Kann ich die nicht einfach töten? Baby Shanes. Oh Mist, die werden immer größer. Werden sie immer größer? Ich weiß ja nicht. Nicht nur suchen, finden. Au! 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 Oh, ich muss mal kurz hier weg. Ah, ein Lemurensohn da unten. Wo denn? Also zwei oder drei sind noch mindestens über plus der Dicke. Nur wo verstecken die sich? Ah, komm schon. Nee, 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 nee. Der hält mir viel zu viel aus, Leute. Der hält mir viel zu viel aus. Und noch dazu sind da die Normalos, die auch einfach nicht viel netter sind. Digi, wo bist du? Da bist du. Hat er eine Steinme... Nein. Ah, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ah. Oh Gott, nein im Himmel. Nein, 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 nein. Er gibt auf. Er gibt auf. Ist okay. So, wo ist der nächste Käfig? Da unten? Okay, Jungs, verzieht euch. Okay, Mr. Boss. Deine Schläger sind wieder in freier Wildbahn. Ah, du bist so eine gute und treue kleine Sier. Dafür verdienst du eine Belohnung. Nein. Halt die Knappe. Kondit Konsequenzen. Das ist so ein... Naja. Wer ist... Shane soll deinen Bruder haben. Tut mir leid, aber ich kenne ihn. Er lässt Brent niemals gehen. Nicht, wenn du etwas hast, das er will. Spricht du da aus Erfahrung? Hör zu. Ich will dir helfen, aber das muss unter uns bleiben, okay? Okay. Geh in die Mitte vom Science Center. Da erklär ich es dir. Die Mitte vom Science Center. Okay. Kommen wir denn überhaupt noch mal von der Quest her? Da hinten? Ich würde nämlich das letzte Tagging-Bild echt gerne noch machen. Dann machen wir das auch einmal kurz. Weil es ist das letzte. Und die hat immer so schöne Bilder gemacht, muss man einfach sagen. Wo ist denn, äh, hier das Lumen-Dings? Da hinten? Ah, komm. Du kannst dich hier nicht mehr bewegen, ohne sofort einen Arsch offen zu haben. Oh, D.O.P. Wenn ihr mich fragt, ist das Bewegen mit Stil. Wie weit ist denn das noch weg? Ich hab keine Ahnung. Ich geh immer in die Richtung, aber irgendwie... Mir wird noch nicht mal das Dingsrennen eingezeigt. Doch, ich bin da. Ah. Ah, ist es doch. Ein letztes Mal noch. Wie, das Bild ist nicht schön. Oh, ich glaub, das ist ein Elefant. Nein, das wird leider kein Elefant. Wär zu cool gewesen. Das Katzenbild hat mir am allermeisten gefallen, mit dem... Wo die drei Kiddies waren. Ich sitze für immer auf deinen Schultern, großer Bruder. Oh, das ist lieb. Was, was, womit wolltest du mich grad beleidigen, du Penner? Nicht an deiner Stelle, wer vorsichtig. Na? Ich bin niemand. Ich bin genau... Ah. Also quasi den, ähm... Nein. Den Baum hoch. Nein. Ich sagte den Baum hochfetschen. Nein, den Baum hochfetschen. Den Baum hoch. Alter, das DUP ist sehr aufdringlich. Ja, gut. Ja, ja. Geothero ist identifiziert. Hm. Wo noch? Einer ist da noch. Da ist das Lumen drin. Das wollen wir uns doch einmal kurz. Beziehungsweise sie ist auch noch ein, ähm... Dingster-Boomster. Nee. Aha. Das hat funktioniert. Wenn ich jetzt nicht abstürze, ist alles gut. So, wo ist das andere, was ich da gesehen hab? Hier irgendwo. Nein, hast du gar nicht. Vor allen Dingen schon gar nicht gegenüber eine Fußgängerin. Autofahrer aus der heutigen Zeit. Mein Gott, nee. Leute. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Autofahren. Muss es aber tun, weil, ähm... Ich bin in der Familie die Einzige, mit dem Auto fährt. Oh, das ist ja zu niedrig. Vielleicht muss ich, ähm... Die weiter höher. So vielleicht. Ja, ja. Aua. Lass mich. Nein. Diese DUP-Spaß-Dies. Äh, es irritiert mich jetzt mehr, als ich zugeben möchte. So. Wir gehen sofort dahin, wo wir... Wo Jenny mit uns reden möchte. Aber hier sind überall so schöne Lumen in der Luft. Und wenn Abby... Äh... Abigail, sprich Fetch, darauf Hunger hat, dann nehmen wir die natürlich. Ich glaube... Keine Luh. Aua. Wo denn noch? Also jetzt reicht's langsam. Mensch. Ich glaube, ich muss das hier benutzen. Ich muss das schon da oben machen. Sonst bringt mir sonst nichts. Aber ich könnte... Erst einmal das hier. Und zack. Und hoch. Nein. Das ist es nicht. Das ist mir zu doof gerade. Ich muss nicht alle haben, aber ein paar wären eigentlich ganz nett. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Egal, dann gehe ich halt zu dem Rennen darüber. Wo kommen die denn auf einmal überall her? Das ist ja unverschämt. Schalten sie erst alle Gegner aus. Da sind sie. Kann mir egal sein. Ich bin jetzt eh weg. Und folge dem her. So flink war der nicht. Nein. So. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir zur Hauptquest. Ich kriege übrigens auch hier keine Trophäen, weil ich das Spiel ja natürlich schon mal durchgespielt habe. Lang, lang ist es her. Wo genau muss ich jetzt? Irgendwo hier, oder? Da vorne. Überwachungsausfall. Jenny, bist du hier? Was gibt's? Ich spiele dir ein Programm auf dein Handy. Siehst du die Wireless Video App? Probier sie aus. Okay. Was ist das? Der Live-Feed einer Polizeidrohne in der Nähe. Shane hat bald totalen Zugriff auf diese Dinger. Er besticht ständig neue Cops. Und? Und wenn du deinen Bruder suchen willst, ohne dass Shane dich verfolgt, solltest du lieber diese Drohnen finden und zerstören. Warum hilfst du mir? Weil wir beide zusehen mussten, wie der Menschenhändler das Mädchen geschnappt hat. Ich stecke in Shanes Welt fest, aber du musst das nicht. Okay. Ja, warte mal. Gut, dass mir nicht schnell schlecht wird. Oh. Ich warte, bis ich zu sehen bin. Also theoretisch zu sehen bin. Eventuell auch gerne praktisch. Ah. Wonach suche ich? Wo steckst du? Nein, ohne Witz. Wonach suche ich? Wie sehen die aus? Warte mal. Die muss ja irgendwo hier unten lang düsen. Ah. So. Ich hoffe, die war teuer. Im Ernst, die kosten 90.000 pro Stück. Und es gibt noch eine an der Ecke. Es ist plus und dritte. Okay. Holen wir uns. So. Aber vielleicht hole ich mir auch erst mal den leckeren kleinen Jammie haben, der hier in der Luft hängt. Der aber wo genau in der Luft hängt? Hm. Da unten. Ja. Oh, wie kann man denn daran vorbeisliden? Fetch! Lass uns doch hier jetzt nicht schlecht dastehen, ja? Dankeschön. So. Dann wollen wir mal. Mhm. Okay. Untergrund. Oh, hier. Untergrund. Nein. Die Frage ist, welcher Untergrund... Welche Unterführung genau? Hm. Welche Unterführung genau? Ich glaube, diese Unterführung kann das ist. Ja. Die müsste mir voll entgegenkommen. Äh, nein. Kommt die mir irgendwann nicht entgegen? Jetzt bin ich irritiert. Die hätte mir entgegenkommen müssen. Ich warte jetzt nochmal. Ich meine nämlich, dass ich jetzt hier richtig bin. Ich muss sagen, solche Questen finde ich wirklich, wirklich doof. Schon in in Famous 1, 2 und Second Son. Natürlich finde ich sie dementsprechend bei, äh... Nicht. Ich bin falsch. Café Conquistador. Café Conquistador. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie... Ich schwöre, ich hab sie gesehen. Ich hab sie doch... Ich hab sie doch gesehen. Und dicht an ihrem Signal sein. Das Video sehen zu Café Conquistador. Ja, danke. Oh, ist das nervig. Ich warte, bis hier ein Café Conquistador vorbeikommt. Die müsste jetzt eigentlich kommen. Da ist sie doch, oder? Ja, da ist sie. Sind die Dinger nicht illegal? Nein. Das ist aber wohl wahr. Also, einmal hin. Ach, ey, hier Minu. Das ist keine Drohne. Ah, das ist wirklich keine Drohne. Scheiße, ey. Ein Hubschrauber? Echt, jetzt? Du erkennst einen Hubschrauber nicht? Tut mir leid. Sieht alles gleich aus. Wie sieht alles gleich aus? Wollt ihr mich verarschen? Geh ruhig zu deinem Kumpel. Ist mir egal. Einer ist da noch. Wo ist der eine jetzt? Au. Ja. Sie kann Drohnen und Flugzeuge nicht unterscheiden? Was ist... Weil Drohnen und Flugzeuge auch... Die Hubschrauber-Sache ist hier offiziell verziehen. Sag mir, wohin, und ich bin schon da. Überwachungsunfall. Ja. Aber hier ist doch noch ein, ein, äh, da. Oh, erwischt. Jetzt werde ich nach da oben. Was kann ich denn eigentlich hier mitmachen? Also mit den Kameraden. Oh, ist noch mal... Nein. Ich habe einfach keinen Bock auf euch. Äh, toll. Jetzt habe ich ihn verpasst. Wo ist er denn jetzt? Na. Bum, 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 bum. Einer ist jetzt noch über. Der wohin kommt? Oh, der wohin kommt? So, ist okay. Aber wo genau ist denn jetzt hier... Ah, da. Ich dachte gerade schon, ich habe ihn jetzt völlig... Völlig übersehen. Weil wegen und so, ne? Okay. Na, da komme ich gerade nicht dran. Ist okay. Dafür müsste ich jetzt Geduld und Ruhe haben, die ich aber nicht habe. Dass Jenny uns hilft, das ist ziemlich nett. Ach so, ich wollte mir die Kamerasache hier mal angucken. Genau. Hm. Ah, was ist das? Jetzt sind überall Kamera, Polizeidrohne aktiv. Überall. Okay. Ich muss sagen... Wie, das ist jetzt einfach mal mit dazugefügt worden und gut ist. In jedem Gebiet eine quasi. Okay. Dann machen wir die hier mal weg. Fährt die unter der Brücke durch? Sie fährt unter der Brücke durch. Perfekt. Hm. Diese Brücke nämlich. Lips. Ähm. An dem Parkding fährt die auch vorbei. Okay. Wie hat Shane eigentlich jetzt so schnell so viele Drohnen gekriegt? Ich frage ja nur. Ich meine, ich finde das irritierend. Äh. Café Conquistador. Jetzt sollte ich lieber zu dem Café Conquistador gehen. Hier müsste die doch irgendwo sein. Damit hast du nicht gerechnet. Na gut. Sie wird uns alle umbringen. Nein, werde ich nicht, Leute. Werde ich nicht. Also die tun alle mal so, als wäre ich der schlimmste... Ah, das hat nicht funktioniert. Das meine ich. Manchmal funktioniert das einfach nicht. Aber warum funktioniert das nicht? So, das hat jetzt nämlich zum Beispiel funktioniert. Keine Ahnung warum. 39. Ah, da hinten. Huch, was habe ich denn da... Ich habe den Lumen eingefangen, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Hey, da ist ja die Frau Mischung. Was machst du hier? Schöner Riech der Welt, dass du kommst. Schalte sie schnell aus, bevor sie was melden können. Er ist leer. Dann geh zum nächsten. Lauf, los. Bevor jemand die ausgeschalteten Wachen bemerkt, ich versuche ihren Funk zu stören. Ja? Was denn? Äh, was? Was? Oh nein. 32 Sekunden. Ja. Wenn ich erwischt werde, fragt er sich, woher ich von den Containern wusste. Da können sie dich verdächtigen. Dann bin ich weg. Ich helfe dir bei der Sache und haue mit reinem Gewissen ab. Aha. Mit reinem Gewissen? Was hast du getan? Scheiße, Mann. Oh, Scheiße. Das wird, glaube ich, nicht so viel. Weil ich ja noch nichtmals weiß, wo genau ich hin muss. Oh, 17 Sekunden noch. Das ist böse. Was sollen all die Streifen wagen? Ist ja ein Massenauflauf hier. Die Polizei wird noch geschickt. Und die OP war bis auf der Herd. Standfall Nummer 1. Jetzt gar nicht. Oh, Gott. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß noch nicht, was ich hin muss. Komm schon, Brent. Sei bitte im nächsten Container. Ich dachte, wir müssen sich diesen nächsten Container finden. Oh, Mann. Ach, Gott. Ah. Was? Oh, hier ist niemand drin. Dann geht zum nächsten. Los. Ja, ja. Catch. Noch 23 Sekunden. Ach, Scheiße, Mann. Na? Oh, Scheiße, Mann. Gar nichts. Nein, ich kann gar nicht außer Atem sein. Igitt, nein. Ja, die habe ich. Die Panikattacke. Die Kopf sind an mir dran. Ich muss los. Die Uhr tickt Fetsch. Los. Ja, ich weiß. Ich komme aber da nicht hin. Na? Ich muss schnell machen. Ich kann nicht durch Neonkugeln durch. Mal ohne Witz. Wo ist der Scheiß denn? Der ist doch nicht etwa auf der ganz anderen Seite der Sch- Doch, der ist auf der anderen Seite der Sch- Ich muss, ich darf gar nicht vom Weg abkommen, ey. Ich darf gar nicht vom Weg abkommen. Oh, ich habe keine Zeit für euch, Dudis. Ey, ihr seid doch aber auch bescheuert, ehrlich. Oh, komm, nein! Das ist so schon anstrengend genug, Leute. Also, nein! Ach, das macht Zeit? Gut, wenn ich... Wo denn? Wo denn? Okay. Aufmachen. Was ist los, Jenny? Hier ist niemand drin. Ich weiß es nicht. Es ist nur noch einer übrig. Er muss da drin sein. Nein. Aber Jenny kommt hinter mir hängt, um rauszufinden. Danke, Jenny. Danke. Ähm, das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Oh, Gott. Nein. Scheiße, nein. Oh, warte, da war er doch. Da war er doch. Hi, na? Wie geht's euch? Was? Ich bin euch nicht entwischt, na, na, na... Aua! Jenny, er ist leer. Das war eine Falle. Jenny? Jenny? Oh, Jenny kann leider im Moment nicht mit dir sprechen. Wehe, du tust dir was. Dachtest du, ich merke nicht, wenn plötzlich überall Polizeidrohnen ausfallen? Die einzige, die davon wusste, war Jenny. Ich musste herausfinden, ob sie noch in meinem Team spielt. Das war ich allein. Und das hier auch. Oh, bitte. Sie ist das Hirn. Du bist nur eine Laserkanone mit pinken Haaren. Lass mich mit ihr sprechen. Oh, zu spät. Sie ist schon laut. Aber wenn du dich beeilst, könntest du sie noch erwischen. Nein, Leute, ich glaub doch nicht ernsthaft, dass die noch lebt. Scheiße, ey. Der ist so ein Wichser, dieser Typ. So ein Wichser. Ey, die ist doch hier irgendwo... Oh, nein. Nein. Ich habe nur getan, wozu Jenny mich gezwungen hat. Sie kannte den Preis für Verrat. Die Frage ist, kennst du ihn? Mein Bruder. Du tötest meinen Bruder. Sehr gut. Also lass Jennys Tod nicht umsonst sein. Tu, was ich sage, wenn ich es sage. Das überlebt dein Bruder. Kleines Arschloch. Du kleines Arschloch. Preis der Erlösung. Ja, so viel erlöst ist sie jetzt ja nicht worden. Weißt du was? Triff mich auf dem Pioneer Building. Wir müssen Cops erledigen. Du kannst mich mal kreuzhause am Arsch lecken. Armes Mädel. Armes, armes Mädel. Wollte nur helfen. Ja, ihr Lieben. Shane ist... Ich finde, wenn man die Geschichte nur so in Fetch's Gedanken liest, dann merkt man gar nicht, wie heftig ihre Geschichte eigentlich wirklich ist. Delsian hat ja wirklich nur die Ausschnitte davon quasi mitbekommen. Aber es ist schon heftig. Ist einfach so. Das Mädel hat auch einfach nicht viel Glück gehabt im Leben. Ich meine, klar, man kann jetzt sagen, ähm, ja, Brent hat sich mit Shane ja irgendwo auch selbst angelegt. Und er hat ihn angeleiert. Und aber wenn man bedenkt, dass sie halt Junkies waren, die Drogen wollten. Und dann gehen geworden sind, um ein neues Leben anzufangen. Ne? Die wollten ja abhauen. Hat halt nur nicht funktioniert. Ach, komm, ist okay. Irgendwo ist noch einer. Den mache ich jetzt noch platt. Und dann, ähm, machen wir den nächsten Mal weiter. Es sind sogar zwei. Ach. Diese DUP-Spanne, ey. Die sind einfach zu gut für mich für alles. Kein Wunder, dass die mehr Schaden anrichten, als Leuten zu helfen. Also, ihr Lieben. Der größte Fisch von Seattle machen wir also nächste Folge. Ich wünsche euch ein... Ach, ich bin immer noch nicht eingeblendet. Das mit dem Einblenden habe ich manchmal auch einfach nicht drauf, ne? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein, ihr Lieben.